Nimm mich auch mal auf Sehr schön, das ist ein wunderbarer, wo bist du denn so ein Teufel? Bist du eigentlich in dem Level? Ich bin schon reingespawnt Ach so, ich bin doch gar nicht beigetreten Ah ja, moin! Okay, das ist doch ein guter Einstieg eigentlich für so ein Let's Play, oder? Ja, warte mal, er läuft, ne? Ja, du hast die Zeit schon im Blick, denke ich mal Ja, ich gebe auf... What that? Ach ja, da war's, das war das Das hat nicht geklappt, ups Oh Gott, ich muss die Audio leiser machen, ey Auf meine Ohren Oh shit Äh... Oh shit Oh shit Hallo? Äh, diesmal haben wir wieder 20 Minuten Parts, oder? Ja Ja, okay Ja Seh mir, amore Ja, wir kommen zurück zu... Dieses Spiel, äh... Serious Sam, diesmal der tatsächliche zweite Encounter Richtig Richtig So wie... let's... what the fuck Ahabian Oh, ja Dann... Schnippeler Pum 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 RIP Äh... Jump, jump Die neue deutsche Welle Ähm Scheiße Das weiß ich auch nicht Der fuck, alter Mit Anlauf wahrscheinlich Oder so Ich hatte Anlauf Ich dachte auch, dass ich Anlauf habe Äh... Ne Na, ah, da links Ich hab's erkannt Ist noch einer? Ne, da links ist, äh, Berg, wo man raufhüpfen kann Ah, ja, ich seh's Ich seh's, da ist auch Munition Oh, da ist Munition? Die hab ich dafür nicht gesehen Ja Lars Ich bin nicht gesprungen Ich bin runtergefallen Ähm, willkommen zum, äh, Sterbensimulator 2020 Ja Das ist fast wie Receiver Nur mit ein bisschen schlechterer Grafik Sicher, dass die Grafik hier schlechter ist? Ja Also Receiver Ja, okay Oh Gott, hier ist übrigens, äh... Oh, 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 oh Was ist los? Das Ding da hinten hat sich bewegt Und, ähm... Äh, net's gern Ja, ich weiß, das hab ich ja gesagt Ja, I... I have probably not timed this jump right Uuuh, das war knapp Ui, so knapp will ich's nicht machen Komm wieder her Fliegeding Danke Scheiße Passt Oh, oh Fuck Oh, ich bin runtergefallen Hahaha Direkt hinter mir Sehr schön Ich wollt eigentlich so machen, als du gesprungen bist Hahaha Hat nicht funktioniert Und jetzt, wo bin ich denn jetzt hingeflogen? Halleluja Bei Halleluja muss ich immer an It's Raining Man denken Ja, das versteh ich aber Wurde grad kurz ein wenig abgelenkt Ich find's tatsächlich nicht gut, das Lied Was findest du das? Ich find's nicht gut Nicht gut? Ne Why? Uuuh, das war wieder knapp Uuh, so knapp will ich's nicht machen Äh, weiß ich, ich find das einfach nicht gut Das find ich mal gut Gibt mir keine Feelings, weißt du? Ja gut, da müsstest du glaub ich mehr B sein für Das ist durchaus möglich Jetzt kann ich auch mal wieder ein bisschen lauter machen Oh Hi Ja, ich hab auch mal am Ohren gefummelt Als die umgelaufen kamen Ah, da ist ja noch einer Gewesen Aua Riffleben, das sind die falschen Waffen Die wollte ich nicht wählen Die wollte ich wählen Aua Ich geh mal weiter, ne? Ja Mach das Ich bin jetzt weiterhin auf der Einfachen Schwierigkeitsschufe Also auf hart Ja, schwer glaub ich ist das Ja, schwer Ja, schwer, ja Und nicht auf äh Impossible Impossible, nein No mi amigo mi amo Oh Gott Legge immer so ein Stück nach unten Fühlt sich nicht gut an Versteh ich Miroslav Ah Also Close Ja, close Genau Aua Wo ist diese grüne Feuhonk? Da hinten Oh Gott Schnippler Schnippler 1 Schnippler 2 Hat sich erledigt mit dem Hallo Zee Ah, da hast du schon gedrückt Laufen rüber Ja Ah, das wird nix Okay, das geht nicht Okay Also Da hab ich mich auch so umgebracht Bei den ganzen Weg zurücklaufen wollte ich jetzt nicht Kann ich da nicht rüber hüpfen? Nein Kann ich nicht Geht das hier? Boah, yo, das gibt auch Boost Oh shit Ui Ablaams in der Luft ist übrigens sehr Günstet Ja Ja Ja, das tut sie in der Tat Hallo Wo ist denn diese grüne Affe? Das wüsste ich auch gern, du Das wüsste ich auch gern Und Harpy Ja, die, die An denen bin ich gerade vorbeigeflogen Harpy Harpy Äh, entschuldigen Sie Könnten Sie das bitte lassen Oh Gott, ne so schnell kann ich das zielen Ah Okay, der ist hierüber Die meine ich Die auch Ey, ey, das sind zwei Harpyen direkt hinter dir Einer hat Oh Gott Nix Ich bin fast nicht hier hingekommen Eine ist hier grad auf das blaue Wasser da gefolgt und weggeschleudert worden Das war grad sehr gut Ja Ja scheint nicht. Einen habe ich hier hinten noch. Oh. Da ist ein Hapu. Aua. Nein. Nein. Blutmatsch. Junge. Verrecke. Lade ich runterlaufen? Ja. Nice. Oh Gott. Okay, manche boosten eine richtig hoch. Uiuiuiuiui. Si. Ne, amigo. Kommst du oben drauf? Ja, ich habe keine Munition gefunden. Oh oh. So. Ich bleibe hier mal oben. Ich fühle mich hier irgendwie sicherer. Aua. Das kommt doch auch noch hoch. Bist du vom... Okay. Erstmal springst du daneben. Bist du vom zweiten da rutsprungen oder vom ersten? Vom ersten. Wo ist die... Ja gut, der ist oben hoch gerade präsentiert, ne? Ja, der ist brutal. Der ist brutal. Naja, nicht ansatzweise, Alter. Oh. Ja, ich habe dich gerade vorbeifliegen sehen. Bist du zweimal gebounced oder nur einmal? Nur einmal. Okay. Ich kriege es nicht hin. Okay, egal. Okay. Gut. Egal. So ist das Leben manchmal. Oh, ein Grenadenwerfer. Ja. Grenadenwerfer. Wörfer. 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 Oh. Ein... Aua. Ein Halloween. Ne, zwei Halloweens. Drei Halloweens sind da. Aua. So, der Halloween hat sich. Hey, da ist ein Tier. Nicht mehr. Den hast du gecleared. Ha. Ja. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Ui. Du rennst da nach links und plötzlich rennt von rechts nach links dieses Ding da vorbei, Alter. Ja, lief. Das ist der Qualität, Mann. Das ist ein Unverwundbarkeit. Ein zeitlich begrenztes. Easy, easy. How can we get there? Ich bin der Meinung, dass wir da geflogen werden müssen. Ich denke, das ist richtig. Ich denke, wir müssen weiter gehen und... Ah, weiter. Ja, ja. ... und haben zu gerammt werden bei Bullen. Probably. Bullen? Du meinst Cops? 5-0? Yeah, sure, 5-0. Nah, better not. Aua. Die Clears könnten einen da auch hochballern. Ja, ne. Ich glaub nicht. Ja, okay. Wahrscheinlich eher nicht. Ui. Da stand plötzlich ein Clear vor mir, als ich verkehren geschaffen habe. Oh, ich hab... Ich hab dich ungewollt, äh, gekillt. Pardon. Das war nicht meine Beabsichtigung. Uh, was sind denn jetzt Dämonen? Alter! Diese Clears, Mann. Hört auf, einen von euren... ... eures Gleichen anzugreifen. Bullen? Oh, ja, das sind Bullen. Ja, moin. Dann lass ich ihn mal da hochkatapultchen. Das ist ja enorm lustig, wenn die Clears dich nicht angehalten würden. Das kann fucking laut auf mein Mann. Aua. Kurva, mach. Weg. Kurva. Kurva, suka. Blöd. Eins von den Viechern ist ja schon tot. Ich muss doch noch da hochkatapultiert werden. Katapultier mich da hoch, du Fick wie ich. Es ist tot. Ich muss den Sound leiser machen. Okay. Kleiner Funfact übrigens. Als ich einen von deinen Partnamen gelesen hab, war du übel erschreckt. Ich weiß nicht, ob Freddy das schon geschrieben hat. Ja, ich glaube schon. Maria geht fremd war das, ne? Ja, genau. Lassen wir das Thema erstmal. Das war sehr qualitäts. Da hat Freddy auch gemeint, das ist 1,70 Meter. Das war 1,100 Meter. Alter, was ist denn hier los? Aua. Ja, ne Menge ist hier los. Ja, übel zu kotzen gerade. Vor allem, weil wir noch keine MG wieder haben. Also keine Minigun. Keine... Ja, stimmt. Das macht's ein bisschen nervig. Aber das kommt dann noch. Das kommt dann noch. Wie kommen wir jetzt da hoch an die Unendlichkeit? Spinning ins Blach? I have no idea. Ich hab gerade, glaube ich, gehört, wie wir da hochkommen. Das sind nämlich... Ja, dann lass ich den mal leben für dich. Wenn du unbedingt damit... Ich will's probieren. Ich glaub nicht, dass das der Sinn ist. Let's see about that. Komm, baller mich hoch. Okay, der kriegt mich nicht hochgeballert. Dann kann er da sterben. Oh, hat gebrannt. Was doch immer mich gerade getroffen hat. Ist clear. Ich hab wieder nur einen Lebenspunkt. Wie schaff ich denn das immer wieder? Ja, Mei. Ja. Was hat mich denn hier getroffen? Ach so, hier ist irgendwo so ein Vieh. Da vorne. Da hinten. Meine ich. Pum. Pum. Dann kommt noch ein Pum. Direkt in seine Fresse. Bitch, be dead. Was macht einer? Oh, ey. Die kotzen mich übel an, muss ich mal kurz sagen. Das sind ja auch Arschlöcher, Blöde. Ich habe einen blauen weggekillt. Waschloch blöde, Sauhund, Saukrippi, Sauverreckter, Verreckter Hund da. Die Sprache spreche ich nicht. Lass uns erst mal rechts hoch gehen, oder? Ah ja, das können wir machen. Rechts ist immer der rechte Weg. Junge, 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 grüne Scheiße schon wieder, blaue Pisse. Digger, ich glaube, du musst zum Arzt gehen. Das klingt nicht gesund, die Farben. Ja, aber der sagt immer, stellen Sie sich das nicht so an, wenn Sie so viel saufen, das ist normal. Ja gut, dann. Dann ist ja alles gut. Okay, der ist auch tot. Aua, ich bin auch tot. Ich höre die ganze Zeit meine Ghost Steps, Alter. Wieso hörst du Geister? Nein, meine Schritte höre ich als Ghost Steps. Ja, wieso hörst du dich selbst als Geist? Ich höre mich ja nicht selber als Geist, ich höre immer eine Schritte als Geist. Warum hörst du deine Schritte als Geist? Junge, wo kommst du denn her? Alter! Das sind eine Menge Fickviecher hier. Hapüren, meinst du? Ja, unter anderem. Aber ich sage nicht umsonst Fickviecher, weil das sind ein paar mehr als nur die Hapüren. Hapü? Verrenne, Hapühe. Hapühe. Junge, wie viel willst du noch überleben, du Ficker? Vogelschreck. Zehn von Hunden. Verende. 31 Leben, wenigstens mal nicht nur einen Lebenspunkt. I smell some serious firepower right here, hat er gerade gesagt. Ich habe das Gefühl, hier könnten wir vielleicht eine neue Waffe bekommen. Ja. Ich glaube, hier taucht welchen Gegner auf. Hunden laufen ja voll, oder? Au. Da bist du. Du bist ganz woanders als ich. Ich bin in den rechten Tempel schon hochgelaufen. Ich bin auch gerade fast oben. Aber noch nicht drin, wahrscheinlich. Ich bin nämlich schon drin. Achso, da kann man reingehen, okay. Ja, moin. Das geht. Oh, mein. Ja, moin. Hallo, hier hinten springe ich. Hallo, da hinten bist du. Jo. Se. Ich glaube, du bist verfolgt. Ich glaube, ich gehe mal weiter. Ja, wir sind weit weg. Achso, ja dann. Wir sind auch unten halt einfach. Ja, moin. Ach, du hast die Kettensäge. Ich dachte erst, da kommt ein Kettensägentüb gleich her. Ja, der Kettensägentüb kommt auch. Siehst du ihn nicht? Nee, ich sehe nur eine Kettensägenfrau. Oh, da sind jetzt mehr. Mehr davon. Aua. Ich habe mich selbst im Fetzen gesprengt. Ich bin ein kluger Mensch. Ich habe jetzt drei von denen versägt, ohne angesägt zu werden von denen. Hm. Vier. Sorry. Ich wollte eigentlich den Kettensägentüb treffen, nicht dich. Hast du eigentlich Ready or Not schon vorbestellt? Was habe ich vorbestellt? Ready or not. Was ist das? Äh, SWAT im Besser und Neuer. Nein, noch nicht. Wird Zeit. Was jetzt? Habe ich dir geschickt? Ich habe dich nochmal zersprengt. Es ist mir leid. Scheiße. Ich habe dir das geschickt, ja. Das ist inzwischen vorbestellbar und kann man dann, wenn du jetzt noch rechtzeitig vorbestellst in der Beta spielen ab Juni. Dann mache ich den gleich. Hast du das neue Album von Fynn Kliemann bestellt? Ich habe neulich mitgekriegt, dass es ein neues Album gibt. Ich habe den so völlig aus den Augen verloren. Das ist heftig. Aua. Ähm, er hat ja gesagt, er macht nie wieder Musik. Was? Man soll ihn davon abhalten, wenn er jemals wieder auf die Idee kommt, weil er, weil die erste Platte einfach komplett sein Leben zerstört hat. Was? Weil er nur noch an dieser Musik gearbeitet hat, monatelang. Oh. Und das eigentlich gar nicht so sein Ding ist, immer monatelang nur eine Sache zu machen. Verstehe ich. Ja, dann hat er noch ein Album gemacht. Ja, cool. Hat er gut geklappt bei ihm. Hat zu dem ersten Ding einen Dokumentarfilm gemacht, der am 25. Mai, meine ich, eigentlich in den Kinos laufen sollte. Einen einzigen Tag lang, in allen deutschen Kinos. Oder in allen Liedsachen halt. Da das aber nicht klappt, aufgrund der aktuellen Situation, gibt es jetzt einen Kino-Live-Stream, und jetzt nicht mehr. Ah, hallo. Ähm, und man kauft sich dafür trotzdem ein Ticket, wie für ein Kino halt. Und 25% der Gewinne gehen dann die Kinos, weil die halt gerade auch richtig Probleme haben. Kannst du bitte mal auf den Weg, jetzt werde ich einfach wegzusprengen. Ich gebe mir Mühe, aber ich spreng mich selber mit weg. Ja, dann nimm halt nicht den scheiß Aktenwerfer. Ich nimm halt den Granatwerfer, mein Freund. Dann nimm halt auch nicht den, nimm halt den Schottengang. Spargelsteche. Nee, das ist geiler. Guck mal, wie geil das ist. Siehst du, wie geil das ist. Nippgeil. Zehn Lebengeil. Vollgeil. Ripp dein Leben. Ich hab ohne. Auf jeden Fall gibt es jetzt halt dieses, das Album gibt es zu kaufen, das wird wie das alte auch nur einmal produziert und dann nie wieder. Natürlich direkt die Premium-Mädischen gekauft. Das ist verständlich, wie immer. Gucken, wahrscheinlich hole ich mir das dann auch mal. Hab ja auch nie hier rumstehen, schön in der Premium. Ja, ich hab nie auch hier rumstehen, allerdings nicht als Schaltplatte. Ach stimmt, darüber hatten wir, glaube ich, schon mal geredet. Ja, das hab ich mir auch geholt, glaub. Die wunderschöne Box mit Schaltplatte, die inzwischen irgendwie auf Ebay-Kleinanzeigen 400 Euro kostet oder so. Wie viel? 400 oder... Räder. Ich kann gleich mal marken, wie viel sagt, vielleicht was. War mal richtig, aber ja. Aua. Aua. Ich brenne. Der Fisch ist im Wasser und du versuchst, ihn anzuzünden. Ja. Okay. Ich brenne auch. Aua. Ich brenne, weitere Gegner zu töten. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal zurück in den nächsten Tempel. Ja, wahrscheinlich. Da höre ich schon wieder. Können wir die einfach ignorieren? Ja, wir gehen einfach weiter. Es gibt keine Gegner. Tschüss. Aua. Aua. Wenn du einfach rückwärts läufst, rennen wir die alle rein. Ja, das habe ich auch gerade genutzt schon, aber ich bin trotzdem gestorben. Ein paar Mal. Ich glaube, ich habe dich zweimal zersenzt, weil die dich in dich reingeschubst haben. Ach, das kann natürlich sein, dass ich deswegen gestorben bin. Die haben dich quasi nach hinten geschubst und ich bin hinter dir mit der Kettenziecke gelaufen. Fickdinger, Alter. Lol. Oh. Äh, Herr Büffel, können Sie sich bitte mal verpissen, kurz? Sind das eigentlich mal Büffel? Ich weiß es nicht, was das sind. Auf jeden Fall sind das Pferdtiere. Nein, ich glaube, mit Pferdtieren haben die nicht viel zu tun. Naja. Ich glaube, das Einzige, was gleich ist, dass sie Paarhofer sind. Kühe sind auch Pferdtiere. Nee. Kühe sind Wiederkäuer. Die haben gar nichts mit Pferden zu tun, glaube ich. Doch, doch. Alles, was auf vier Beinen steht und groß ist, ist ein Pferdtier. Ah. Auch Elefanten sind Pferdtiere. Also Hund, Pferdtier. Die sind zu klein. Die sind Katzentiere. Großer Hund? Ein großer, genuger Hund. Ist ein Pony für dich ein Pferdtier? Nee, das ist so zwischen Katzentier und Pferdtier. Ja, okay. Dann ist ein Hund für dich auch ein Katzenpferdtier. Ja, kommt hin. Weil es gibt halt einfach Hunde, die sind so groß wie ein scheiß Pony. Ja, ich habe Bilder gesehen. Ich habe Bilder gesehen. Ich habe es live gesehen und dachte mir, oh, guck mal, der geht mit seinen zwei Ponys spazieren. Und da habe ich gesehen, es sind nicht zwei Ponys, das kleinere war ein Pony, das größere war ein Hund. Fucking hell, Alter. Oh, es gibt hier schon mal Minigun-Munition auf jeden Fall. Oh, baby. Das wird doch schon mal ein Start. Oh, baby, it's a triple. Au. Irgendwas hat mich gerade weggeklatscht. Ja, die grünen. Die grünen Feuersposten. The plane, the sound, the saugrippy, the plane was on day. Ähm, ich super. Da ist ein Dämon auf jeden Fall. Oh ja, da ist tatsächlich einer. Gewesen. Jetzt hat er tot. Ah, da unten ist einer der grünen. Ich habe einen. Der ist tot. Ich gucke mal, ob da noch was grünes kommt, aber anscheinend nicht. Ich habe irgendwie keine Shotgun-Munition. Die Viecher hier sind irgendwie dumm, aber das ist gut für mich. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, für die das Level-Design, dass hier Kanten drin sind, also dass es halt nicht rund programmiert ist, sondern es kann auch nicht rund programmiert sein, ist klar, weil, es wird halt nicht aus Polygonen bestellt und selbst Polygone, what the fuck? Ja, ja, ja. Und selbst Polygone sind ja nicht rund, sondern, ach, irgendwie sowas. Ich habe gar keine Ahnung. Aua. Ich habe legit gar keine Ahnung, dass das Polygone und die Pixel sind. Polygone müssten ein Dreieck-Firmex sein, glaube ich. Ja, könnte aus sein. Polygone sind besser als Pixel auf jeden Fall, glaube ich. Äh, ja, für 3D schon, der Falk. Ja, eben. Ich meine, 3D ist, glaube ich, immer Polygone. Hm? Nein, Minecraft ist nicht Polygone, oder? Oh, stimmt. Minecraft könnte eventuell nicht Polygone sein, da bin ich mir nicht sicher. Also Lara Croft war auf jeden Fall Pixel. Äh, Polygon. Ja. Grollywood. Tom Greider war... Was? Da oben steht Crollywood. Warte mal, in welchen Tablet bist du rein? In gar keinen, ich bin mit dich, ziemlich. Ach. Ach, nicht Crollywood. Ich dachte, der steht Rollywood, also einfach so wie Rollen. Wir haben übrigens 20 Minuten voll. Ja, meil. Ja, okay. Wir machen jetzt die Anleitung. Äh, i. Du machst die. Ja, dann machst du die. Wir halten besser die Fresse, weil der Beil ist wieder keiner hören. Borgisch, borgisch wohl jeder Herrn. Also... Ja, ich. Ja, da partiert sich Boris hier mal. Äh, bis zum nächsten Part. Hau da rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.